1945. Eine Familie mit Willen, Mut und Begeisterung legte den Grundstein für das, was wir heute sind. Am Rande des Rothaargebirges, mitten im Herzen Deutschlands, gründete Familie Büdenbänder das Unternehmen Büdenbänder Hausbau. Innovative Arbeit und die Fähigkeit, hochwertige Häuser mit umweltgerechten Baustoffen zu errichten, ist und bleibt Tradition. Faszination erleben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020